Hallo, mein Name ist Tamara Schütz. Ich arbeite beim Wiener Wasser in der Abteilung 6 für Wasserverteilung. Ich war die letzten Wochen auch zu Hause arbeiten. Letzte Woche wurde ich dann in den 24-Stunden-Dienst einberufen. Und jetzt, seit heute, geht die Baustelle wieder ganz normal weiter. Ich bin hier die örtliche Bauaufsicht und bitte euch darum, bleibt zu Hause.